und den freistoß können sie jetzt direkt versuchen das lässt er nicht durchgehen es gibt geld und jetzt muss der spieler natürlich aufpassen nix zu machen da ist er noch dran aber der ball geht trotzdem ein diesen treffer den gucken wir uns natürlich noch mal an exzellent verwandelt dieser direkte freistoß ein wirklich schöner treffer da konnte der schütze